Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich muss darauf hinweisen, dass ich das Verfahren so nicht okay finde. Erst passiert bei Ihnen zwölf Monate lang gar nichts, zumindest kriegen wir es nicht mit, und dann lässt man uns nur wenige Stunden vor der Beschlussfassung im Ausschuss die Vorlagen zukommen, über die dann abgestimmt werden soll. Und das bei einem so wichtigen Thema, das wirklich viele Menschen in unserem Land beschäftigt. Offenbar denken Sie, ach, das reicht doch, wenn unsere GroKo-Abgeordneten die Anträge kennen. Wir haben ja die Mehrheit. Aber ich sage Ihnen was, das ist kein sauberes parlamentarisches Verfahren. Und leider ist so ein kurzfristiges Agieren keine Ausnahme bei Ihnen, sondern wird jetzt scheinbar ja zur Regel, ich finde das höchst undemokratisch. Nun zum Thema. Der Fracking-Gesetzentwurf der Bundesregierung aus letztem Jahr wurde ja zu Recht von Bürgerinitiativen, Umweltverbänden, von Gewerkschafts-, Wirtschaftsverbänden und der Kirche als nicht ausreichend kritisiert. Auch der Bundesrat hat zahlreiche Änderungen gefordert. Ja, und gerade den Bundesländern, in denen die Grünen mitregieren, ging der Gesetzentwurf wahrlich nicht weit genug. Die Ablehnung, umso besser. Die Ablehnung von Fracking in der Bevölkerung war letztes Jahr schon sehr hoch und sie nahm mit der Zeit immer weiter zu. Ohne unser beharrliches Kämpfen für ein echtes Fracking-Verbot, ohne die Initiativen der Umweltverbände und der Aktiven vor Ort, wäre im Bundestag wohl auch nichts passiert. Und dass nun etwas passiert ist, das war allerhöchste Zeit. Da sind wir uns einig. Denn bisher war Fracking gar nicht geregelt. Und das musste endlich und zwar auf Bundesebene passieren. Dieser gesellschaftliche Druck war also richtig und wichtig. Und er hat auch dafür gesorgt, dass Sie jetzt noch zusätzlich manche Punkte umgesetzt haben, um den Gesetzentwurf weiter zu verschärfen. Sie sind darauf zum Teil ja schon eingegangen, werden das mit Sicherheit in der Debatte auch noch weiter tun. So weit, so gut. Offenbar hat die SPD also genau das durchgesetzt, was sie immer wollte. Jedenfalls feiert sie das Ergebnis. Okay, geschenkt. Die Erdgasindustrie sieht das ja auch so. Ich zitiere aus der Pressemitteilung des Branchenverbandes von vor ein paar Tagen. Sie sieht das jetzt als positives Signal. Frau Kollegin, erlangen Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Mackfeld? Ja, der arme Kollege steht ja heute gar nicht auf der Redeliste. Da muss er ja irgendwie noch heute zu Wort kommen. Das war jetzt nicht meine Frage, ob er auf der Redeliste steht, sondern ob Sie eine Frage zulassen. Ja, bitte. Ja, Frau Präsidentin, ganz herzlichen Dank für die Zwischenfrage auch Ihnen, Frau Kollegin Verlinden. Der Kollege Möhring macht mal eben kurz das Handy aus. Er leitet das Handy aus, ja, wäre ganz sinnvoll. Frau Kollegin Verlinden, Sie haben ja auch etwas eingebracht zum heutigen Gesetzentwurf. Sie wissen, dass ich selbst aus der, glaube ich, am stärksten, ja, krisengeschüttelten Region, was Erdgasförderung anbelangt, komme. Ich selbst führe und habe ins Leben gerufen, innerhalb der Unionsfraktion eine Gruppe, der sich mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion angeschlossen haben, die das, was Sie eben gesprochen haben, fordern, nämlich Verschärfungen des eingebrachten Gesetzentwurfes. Dieses haben wir von der Unionstruppe formuliert, erarbeitet und, ich glaube, auch in die Verschärfungen mit hineingebracht. Lieber Kollege Miersch, auch Sie lobe ich noch, denn wir haben ja in dieser Sache auch mit dem Kollegen Schwalbe sehr, sehr eng und sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Aber wer nicht in dieser Angelegenheit mitgearbeitet hat, und deshalb finde ich, dass das ist ein wenig mit fremden Federn schmücken, was Sie jetzt tun, das sind Sie von den Grünen in dieser Angelegenheit. Und das sehen Sie auch, wenn Sie Ihren Antrag hier einfach mal sehen. Und ich wundere mich sehr, dass Sie Ihre gesamte Argumentation ausschließlich abstellen, darauf auf die Fracking-Technologie. Das ist... Frau Verlinden, dabei... Julia, er darf, Frau Verlinden, er darf erst mal reden. Und dann entsprechend können Sie mit Empathie antworten. So, bitte. Dabei blenden Sie vollkommen aus, dass zwei Drittel aller derzeitigen Förderungen in Deutschland auf die konventionelle Erdgasförderung ohne Einsatz der Fracking-Technologie durchgeführt wird. Und ich habe mich doch sehr gewundert, dass Sie ausschließlich in Ihrem Antrag schreiben, dass durch die Technik der Fracking-Technologie es zu Verunreinigungen des Grundwassers kommen, Bodenabsenkungen und Erdbeben auftreten können und auch eine ungeklärte Frage der Entsorgung des Lagerstättenwassers einhergeht. Und deshalb auch meine Frage in dieser Angelegenheit. Tritt so etwas bei der konventionellen Förderung, wo die Fracking-Technologie nicht eingesetzt wird, nicht auch auf? Haben wir nicht auch bei zwei Drittel aller anderen Förderungen auch diese Probleme? Und müssen wir nicht auch diese Probleme hier im Deutschen Bundestag mit lösen? Und genau das tut dieser Gesetzentwurf jetzt. Er löst diese Probleme, er löst die Beweislastumkehr von Erdbebengeschädigten. Und das ist eine vernünftige Sache. Vielleicht können Sie hierzu einmal Stellung nehmen. Sehr gerne, sehr gerne, Herr Kollege Mattfeld. Ich bin ehrlich gesagt ertäuscht, dass Sie, obwohl Sie sich so für das Thema scheinbar interessieren, nicht alle vorliegenden Anträge zur Kenntnis genommen haben, die heute abgestimmt werden. Es gibt von der grünen Bundestagsfraktion zwei Entschließungsanträge und einen Änderungsantrag. In diesen Anträgen gehen wir ausführlich auf all die Punkte ein, die Sie gerade genannt haben. Sie können denen gerne zustimmen, wenn Sie das unterstützen. Insbesondere auf den Punkt, dass Sie sagen, die Erdgasförderung ohne Fracking, dass die zu Problemen führt. Auch da haben wir uns sehr intensiv mit befasst, haben wir sehr ausführliche Entschließungsanträge hier vorgelegt. Ich kann Ihnen die Drucksachennummer jetzt nicht aus dem Kopf sagen, aber das finden Sie ja in der Tagesordnung. Können Sie gerne anschauen? Da fordern wir zum Beispiel – ich kann Ihnen jetzt noch ein bisschen Nachhilfe geben, wenn Sie es, wie gesagt, nicht gelesen haben – da fordern wir unter anderem, dass wir keine Erdgasförderung wollen in Wasserschutzgebieten. Das heißt, wir haben zu Lagerstättenwasser und Verpressen zusätzlich Forderungen aufgestellt, die über das hinausgehen, was hier in diesem vorliegenden Gesetzentwurf heute abgestimmt werden soll. Sie können diesem Entschließungsantrag, wie gesagt, sehr gerne zustimmen. Ich glaube, Sie haben jetzt nur den Änderungsantrag gelesen, auf den Sie gerade Bezug genommen haben. Insofern würde ich mich über Ihre Unterstützung dann gleich freuen. Die Grünen jedenfalls stellt das Gesetzspaket, wie es jetzt auf dem Tisch liegt, nicht zufrieden, denn wir haben mehr gefordert. Klar, dass eine schwarz-rote Bundesregierung keine grüne Politik macht, das hätte ja auch niemand erwartet. Aber noch eine andere Sache ärgert mich, wenn man den Menschen nur die halbe Wahrheit erzählt. Und so hieß es vor ein paar Tagen von den SPD-Kollegen bei Twitter wörtlich, in der Konsequenz gibt es ein komplettes Fracking-Verbot. Und das stimmt einfach nicht. Sie verbieten nur das Schiefergas-Fracking und lassen dann hier noch die Probemaßnahmen zu. Aber das Tidegas-Fracking, was in Niedersachsen zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte geführt hat, weil die Menschen die zahlreichen Auswirkungen der Erdgasförderung direkt erleben. Das wollen Sie weiterhin erlauben. Das mag ja aus Ihrer Sicht richtig sein. Das mag ja sein, dass Sie das so rechtfertigen und dass das für Sie die richtige politische Position ist. Aber dann sagen Sie das den Menschen doch auch, dass Sie diese Form des Frackings auch weiterhin erlauben. Das wäre ehrlich. Unter einem kompletten Verbot, nämlich wie Sie das am Dienstag bei Twitter genannt haben, da verstehe ich wirklich was anderes. Inzwischen spezifizieren Sie ja auch, dass Sie das sogenannte unkonventionelle Fracking verbieten wollen. Aber wenn Sie diese Unterscheidung begründen, wollen Sie den Menschen wirklich weismachen, es gäbe gutes und böses Fracking? Dabei ist die Technik doch dieselbe. Die Risiken sind ähnlich. Deswegen wollen die Menschen ja auch ein echtes Verbot von allen Formen von Fracking. Und warum wollen die Menschen das? Weil Risiken und gesellschaftliche Kosten von Fracking in überhaupt keiner Relation zum fragwürdigen Nutzen stehen. Wir haben bessere Alternativen und wollen doch perspektivisch die Dekarbonisierung, also auf fossile Energieträger verzichten. Alle, die sich intensiver mit der Thematik befasst haben, die wissen, das war ja gerade auch schon Thema, dass auch die Erdgasförderung ohne Fracking strengere Umweltauflagen kriegen sollte, weil wir das Vorsorgeprinzip ernst nehmen. Auch hier können wir im Gesetzespaket der Bundesregierung zwar das eine oder andere erkennen, dass in die richtige Richtung geht. Zum Beispiel ist die Beweislastumkehr bei Bergschäden ein erster Schritt. Aber dass Sie den bestehenden Lagerstätten für Pressstellen Bestandsschutz geben, wird die Menschen in den betroffenen Regionen wohl kaum zufriedenstellen. Innerhalb von nur zwei Plenarwochen bremsen Sie den Ausbau der erneuerbaren Energien, Sie subventionieren alte Kohlekraftwerke und Sie sorgen dafür, dass die Erdgasindustrie weiter fracken kann. Diese schwarz-rote Energiepolitik ist wie Weihnachten und Ostern zusammen für die Aktionäre des fossilen Zeitalters und für die Öl- und Gasbarone. Es ist die volle Breitseite gegen Klimaschutz und Bürgerenergien. Für uns Grüne sieht Energiewende anders aus. Mit diesem Fracking-Gesetz haben Sie vielleicht Ihren Koalitionsfrieden gerettet. Und Sie haben auch einiges bei der rechtlichen Situation auch dank der Vorarbeit der Debatte, der gesellschaftlichen Debatte und der Vorarbeit im Bundesrat auch verbessert. Aber das reicht uns Grünen nicht. Denn genau wie 80 Prozent der Menschen in Deutschland wollen wir ein echtes Fracking-Verbot, und zwar im Bergrecht. Und daher stimmen wir gegen Ihr Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Julia Verlinden. Nächster Redner in der Debatte, Frank Schwabe für die SPD.